Ist das auch echt? So echt wie das von den anderen. Hören Sie, ich suche einen Arzt, der bereit ist, länger zu bleiben. Aber das haben wir vor. Meine Familie kommt natürlich mit. Wer will, dass wir nach Frankreich ziehen? Wir wohnen in einem kleinen Dorf nördlich von Paris. Ah, in Paris! Liebling, es ist etwas weiter im Norden. Das brennt tot! Ich schaue sie nie sehen! Willkommen in Mali-Gaumont! Komm schnell! Vor der Bruchbude gegenüber stehen Schwarze! Du bist ein Döskopf! Hier ist tiefste Provinz. Guten Morgen! Verdammt, ich aber auch! Und Sie wissen doch, was der Bauer nicht kennt, dass... Dr. Sonshocker! Frisst er nicht! Porri-Lauch schmeckt sehr gut, sehr gut, Porri! Sprechen Sie mir, als wäre ich bekloppt? Na dann, viel Glück und willkommen! Schön und gut, aber erstmal müsste ich das Vertrauen der Leute gewinnen. Guten Tag zusammen! Dazu müssten Sie einfach Zeit mit Ihnen verbringen. Ich tue alles, damit die Leute uns hier endlich akzeptieren. Wir nennen mich Schokokuss. Und mich bin Bupananenfresser. Und wenn's nicht klappt? Hast du es wenigstens versucht. Nur durch Bildung kannst du im Leben was werden, vor allem wenn du schwarz bist. Warum ist es denn schwerer, wenn man schwarz ist? Geschafft! Morgen habe ich meinen ersten Patienten. Eine Kopeke hätte ich auf den gesetzt. Das ist Sinn und Zweck eines Autos vorwärts, vorwärts! Wiedersehen, Herr Doktor. Guten Heimweg, Herr Doktor. Papa, hast du gehört? Sie haben mich Doktor genannt. Was? Was habt ihr alle? Habt ihr noch nie eine schwarze gesehen?